Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wedlock. Ihr habt sicher gesehen schon im letzten Part, dass ich auf der rechten Seite jetzt eine neue Die-Todes-Box eingeblendet habe. Das war eine spontane Idee und mir gefällt es sehr gut. Seht ihr endlich, wie viele Pokémon ich jetzt schon in dieser Wedlock verloren habe. Ja, leider ist halt das wunderschöne Groudon nicht mehr auf der rechten Seite. Außerdem habe ich herausgefunden, wie ich hier weiterkomme. Ich muss es einfach hier runter und dann gezeigt. Außerdem habe ich Pokémon gehalten. Sollte alles super sein. Ich wollte es ja eigentlich alle Level 36 trainieren, aber das habe ich irgendwie nicht gemacht. Pyroberg, Moment, da könnte ich eigentlich ein Pokémon fangen. Gleich mal schauen. Nö. Und vor allem wechseln auf Kratos, das kann ja mit Zurückhaltung sehr gut Pokémon fangen. Ein Wingull. Das haben wir leider schon. Deshalb fliehen wir. Wir hatten ja ein Wingull schon. Und das dürfen wir dann nicht noch einmal fangen, wenn es schon besiegt wurde von uns. Das ist zwar schade, aber müssen wir jetzt damit ein Mädel hat. Und wir haben den Mädel Taliesnitten. Das ist ja super. Wieder ein weibliches, wir haben viel zu viele Weibchen. Der Turm-Kick hat es schon. Autsch. Okay, wir werfen jetzt schon Poké-Bälle. Sehr gut, wir haben Medite oder Medite gefangen. Keine Ahnung, wie uns das ausspricht. Das hat schon den Turm-Kick. Wie cool ist das denn? Nochmal ein unglaublich starkes Teammitglied. Gut, mit Schupet könnten wir jetzt schon ein volles Team haben, das nur aus Pokémon mit Mega-Entwicklungen besteht. Gut, wie nennen wir dich denn? Wir nennen dich Athene. Auch eigentlich ein Gott des Kampfes, aber halt auch der Strategie. Nein, nicht in die Todesbox. Ja, eben, die habe ich kurz aktiviert. Also ich habe hier reingeschaut, weil ich ja schauen wollte, welche Pokémon alle gestorben sind. Die ist jetzt alle auf der rechten Seite. Es sind, glaube ich, mittlerweile schon zwölf oder dreizehn. Und wohl, Piks hätten wir auch haben können. Sehr schön. Kurz Pokémon heilen. Sehr gut. Und weiter auf den Pyroberg hinauf. Hm, was sind denn das? Ah, das sind Steine. Wie auf Stone Edge in England. Sehr schön gemacht. Oh, wir haben da Ärger. Da hat es auch schöne Znale rein, wenn ihr nach rechts schaut. Aber jetzt kümmern wir uns als erstes mal um diese Team Aqua Leute. Macht doch die Musik alles selber. Hey, ich kenne dich vom Schlotberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Du fliehst am Schlotberg. Du wirst am Pyroberg verlieren. Ist das nicht etwas deprimierend? Lieber Rüppel. Hm, vor allem mit einem Schleimer wirst du da gegen so ein wunderschönes Methan gar nichts reißen können. Sehr gut. Seine Kopfstoßhaut. Das hat einen höheren Level als wir. Sehr schön. Haben wir es besiegt? Und wir erreichen den nächsten Level. Sehr schön. Hey, hey, hey. Extrem hohe Status. Erhöhung. Die Masse. Würde die Initiative des Gegners stark senken. Machen wir aber nicht, weil... Das bringt es nicht. Ja, eben. Ich habe dir gesagt, wenn du nicht vor einem Kind besiegen willst, dann kämpf gegen keine Kinder. Was glaubst du, wer du bist? Das kann ein kleines Kind schon gegen uns ausrichten. Naja. Frag das mal deinen Kollegen vorhin. Wer kann dir da ein Lied schon singen, was ich gegen diese verdammten Rüppel ausrichten kann? Ein Carnivana. Ein Carnivana. Okay. Nichts Zurückhaltung. Ah. Egal. Meine Güte, das macht guten Schaden. Das hätte ich echt nicht gedacht. Neutraltorso. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal falsch gesagt, als es eingesetzt wurde. Tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ich habe immer etwas die Angewohnheit, Pokémon-Namen teilweise falsch auszusprechen, weil ich sie beim ersten Mal falsch lese. Ich habe zum Beispiel jahrelang Dammherplex gesagt, statt Dahirmplex. Dahirmplex heißt es. Und das darf man halt, teuerlich, das muss man ändern. Magneien. Autsch. Da riech ich aus. Zu riskant, was doch schneller sein sollte. Jetzt wäre ich beinahe in Rar rausgegangen. Ich habe da die Teamreihenfolge etwas durcheinander gebracht. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wieso. Das wäre eh kein Problem gewesen, weil die Klimas hätten ja den Neutral-Tor aus abgefangen. Und ein Eisenschädel wäre auch der Tod. Der Tod. Das wäre das Besiegen dieses Magneiens gewesen. Aber es ist echt schön, dass es Nassschweig verlernt hat. Damit es echt viel stärker. Sehr gut. Wir haben einen Rüpel besiegt. Ba-dam. Ba-da-ba-ba-bam. Wieder heilen. Eine sehr spezielle Musik, mach die mal kurz lauter. Ich werde dir zeigen, wie gefährlich die von Team Aqua wirklich sein kann. So, jetzt etwas wieder leiser, weil sonst stört hier mich gar nicht. Ich finde, die sollten Namen haben. Das kann jetzt pingelig klingen, aber ehrlich gesagt, ich finde wirklich, dass sie Namen haben sollten. Ja, das haben wir jetzt gesehen beim letzten Kampf, dass wir, jetzt wäre ich wieder fast in den Rahmen gegangen. Ich werde die Teamreihenfolge nach diesem Kampf ändern. Also, falls hier ist es nicht vergessen. Beim letzten Kampf habe ich es schon vergessen. Itemsperre. Was für ein... Meine Güte, was können wir jetzt machen? Wir sind hier hoffnungslos. Wir können keine Tränke einsetzen. Das ist für uns völlig egal, dass wir hier keine Items mehr einsetzen können, weil wir eine Red Lock spielen. Und dort darf man keine Tränke im Kämpfen innerhalb von einem Kampf einsetzen. So, Magnais besiegt. Jetzt kommt sicher noch ein Karniwanha. Ah nein, ein Goldbart. Da können wir jetzt... Ah, wieder fast auf. Verdammte Reihenfolge. Sehr gut, Goldbart raus. Sein Kopfstoß, Goldbart wieder weg. Horrorblick. Wir können nicht austauschen. Das ist in diesem Fall ja wirklich kein Problem. Weil das Goldbart zieht jetzt Sterne. So, das wäre es mit Goldbart. Bei euch in Level 36. Im Alleingang mit Team Aqua. Ja, das ist halt die Frage. Halt. Halt. Reihenfolge wechseln. Jetzt haben wir Hermes an die erste Stelle gesetzt. Meine Hüte, das ist schon, ja. Müssen wir gegen diesen Kämpfen, den Typ? Die nehmen denn einen blauen Stein mit? Hey. Du bist also für diesen Aufruhr verantwortlich. Warum geben halbe Portionen wie du nie Ruhe? Tut mir leid, Kleiner. Aber ich habe gerade keine Zeit, um mit dir zu spielen. Der Schatz des Purebergs. Der blaue Edelstein gehört endlich uns. Los, Wolfgang. Das ist ein Job für dich. Ist schon? So gut wie erledigt. Skipper. Der Kleine braucht den jemanden, der ein paar Mariniere beinbringt. Also zeigt ihm, was eine Hake ist. Aber du betreibst nicht, klar? Boah. Mit diesem lauen Edelstein können wir das legendäre Pokémon auch ohne die Macht des Meteoriten erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch eine wasserdichte Blechbüchse, die uns zu ihm bringt. Schatz, wir schaffen uns das U-Boot, an dem die gerade in Grafitport City rumschrauben. Also los, ihr Blitzkenner. Wir ziehen weiter. Ab nach Grafitport City. Okay. Wieso? Sagst du uns wieder, woher du hin willst? Ich habe gehört, dass der Boss gesagt hat. Mach dich auf eine Abreitung gefasst. Mohohohoho. Wenn sie so grauenerregend laufen, bevor sie ein Pokémon mit einem Tuaido, wirst du da gar nichts ausrichten können. Also ich hoffe jetzt, ich schätze hierher muss nicht. Ich mache mal einen Schlitzer, weil wir tragen ja einen Seitenschall. Autsch. Das macht sehr schön die Hälfte. Wir sollten noch einen Schlitzer aushalten. Halt, der macht ja euch Volltreffer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, bin ich dumm? Ach, ne. Ich hab die Rauhaut vergessen. Ach, Mann. Okay, jetzt seht ihr sicher rechts, ein weiteres Pokémon, unserer schönen Todesbox beitreten. Wegen diesem Schlachtkopf. Du altes Schlitzohr. Ich blase mich immer wieder aufs Neue. Ich freu mich schon auf unseren nächsten Kampf. Dann gibt's schlicht nicht was auf die Ohren. Ja, geh nur, du Rüppel. Ja, das war's mit unseren schönen... Wie ist es? Hermes? Hat ja echt nicht lange mitgemacht. Es war ein Part dabei und dann nur das Weg. Oh nein, oh nein, was für ne Katastrophe. Das darf einfach nicht wahr sein. Den konnten sie nur in blauen Edelstein stehlen. Der blaue Edelstein. Der blaue Edelstein und der rote Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Hm. Na gut, nimm den verbliebenen roten Edelstein an dich. Danke. Pau. 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 Folgen diesen Schurken bringen den Edelstein zurück. Wenn nicht alles täuscht, meint ihr ihr Anführer, dass sie ihn als nächstes nach Grafitport City wollen. Ja, das habe ich irgendwie auch gehört Aber wir müssen jetzt einfach nach Grafitport City laufen Ja gut, ist zwar nett, aber gibt es niemand, der uns hier in die Port teleportieren könnte Na, ist eigentlich nicht so schlimm Wir müssen halt mal wieder selber machen Wir haben halt leider Fliegen noch nicht, weil wir einfach kein Pokémon haben, die wir wegen beibringen wollen Ich bin hier gar nicht sicher, ob wir noch ein männliches Pokémon haben Weil nochmal ein lesbisches Ehepaar wäre dann etwas zu viel an der Regel gekratzt Ehrlich gesagt Weil Das kann man ja mal machen Aber ist eigentlich nichts, wenn man es verhindern will Sollte man es nicht Gut, dann mache ich hier einen kurzen Cut Wir sehen uns gleich in Grafitport City Ja, Kürz, ich komme zurück Ja, wir sind jetzt nicht in Wallenford City Aber wir haben hier etwas Wichtiges übersehen, was ich hier noch gefunden habe Schaut mal da, was da glitzert Der schöne Banetheonit Ja, schön Weißt du, was auch schön ist? Wir dürfen jetzt wieder den ganzen Berg hinunter rasen Nachher gehen wir eben nicht direkt nach Wallenford City Sondern erkunden noch kurz Die wunderschöne Route 120 Route 123 heißt sie Tut mir leid Ich habe jetzt echt keine Bock auf wilde Pokémon Das war unser letzter Top-Schutz Neine Güte So Ne, wieder da Kurz den PC weggestellt Ich wollte ja sehen, ob kurz Kurz sehen, ob ich auf dem Pyroberg alles gemacht habe Jetzt rennen wir nochmal den Pyroberg runter Oh, da ist ein Item Das hätte ich ja gerade verpasst Gerade verpasst Gut, haben wir es gefangen Gefunden Gefangen, genau Oh, wir haben anscheinend noch einen Nein, 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 nein Ball ist noch alleine Scheiße, scheiße, scheiße Nicht Okay, ein Stollrack Ich weiß ja nicht Schnellstmöglich Rektanz einsetzen Wobei, das hat ja eh die Fähigkeit Robustheit Der trotzdem Rösen Schaden macht So verwandelt uns Typ Wasser Steinhabel Das macht guten Schaden Ich hoffe jetzt Das hat keine Robustheit Weil dann ist dieser Meteorologe sicher Ein Kill Das hat keine Robustheit Sehr schön Schöner One-Hit Sehr gut Marderke ist besiegt So kommen wir auch raus Ja, das Fahrrad hat es jetzt extrem gebracht Wir gehen nämlich nicht Mit Fliegen nach Malinfo City Sondern Erkunden vorhin noch die Route 123 Aber ich glaube auf dieser Route brauchen wir zerschneider Und dann bringen wir halt Hermes zerschneider bei Hingegen Hingegen Ja, ist eigentlich egal Es ist ja eh in der Todesbox, leider Ich weiß gar nicht wie lange das vorherige Video ging Ja, das Schutz Item ist weg Tut mir leid Tut mir leid Die werden wir gleich noch bekämpfen Die werden wir gleich noch bekämpfen Nein, nicht der Beutel Sondern die Pokémon Gegen Ra und Zeus Dürfen mal wieder ran Sehr gut Ich kasse jedes Fleckchen Erde noch geheimstellen ab Ist schön Das ist vorhin von Picknickerin Martha Junise Sollte eigentlich kein Problem sein Wir sehen wieder die schöne Animation Von einer Megaentwicklung Gut, Feuerung, der macht sehr viel Schaden Schmeichler Ja, toll Sind wir verwirrt? Unser Spezialangriff steigt stark Eine andere Abänderung von dieser Attacke wäre Halt angeberei Gute Treffen mit der Feuerodem Das war es mit diesem Iloise Sehr schön Oh, den Knuddelhof gehe ich raus Weil das Teil könnte ja Ach, ich weiß, die Attacke Den Hacken haben nicht mehr Zauberschein Ja, genau Zauberschein könnte es können Aber ich bin mir gar nicht sicher Ob es überhaupt eine Elektroattacke erlernt Knuddelhof Ja, der Duplex-Sieb Batz 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 Oh, nur einmal getroffen Nett Und mit diesem Ladungsstoß Schicken wir es in die ewigen Jagdgründe Sehr gut Ich nehme jetzt einfach nach 10 Minuten auf Egal wie lang jetzt der vorherige Abschnitt ging Ist ja auch nicht so wichtig 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 Wobei, ich glaube, der ging echt kurz Noch mal ein Trainer Hey Kollege Es geht ab 54 Jahre bin ich auf dieser Welt Weil die Zeit habe ich für den Kampf gelebt Raub ein, Raul Mit einem Kribotag Oh, 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 oh Ich hoffe, das hat nicht die Anpassung Dann muss ich sofort raus mit Raub und den Zeus wechseln Ach, Verhöhner Das ist denn nicht so ein Problem Sofort Mega-Entwicklung Ladungsstoßen Das sollte es auch gewesen sein mit Kribotag Nein, jetzt hat die Schäle noch Nicht die Anpassung So, das ist auch genug Und ist weg Kribotag ist übrigens overused Das überrascht mich im Video Eigentlich nur wegen der Fähigkeit Anpassung ist es so weit oben Dass seine Step-Attacken Abschlag und Grabhammer eigentlich zu einer gewaltigen Macht werden lässt Ich glaube, ich gehe weiter rechts Auch wenn wir es dann mit dieser Trainerin zu tun bekommen Rechts gehe ich Habe ich gerechts gesagt Wir gehen links natürlich Wobei ich mir echt nicht sehe, wie lange der vorherige Part war Ich glaube Er war nur eigentlich 2-3 Minuten lang Gut, dann nehmen wir jetzt 20 Minuten auf Ist ja nicht so schlimm Wieso habe ich nicht die Mega-Entwicklung gemacht? Okay, der Surfer reicht trotzdem Nicht so schlimm Sehr gut Level 37 Ein Blue Bella Da gehe ich Nein, gehe ich nicht in Zeus Wenn ihr wissen wollt, wieso ich in Zeus wechseln wollte Das war einfach wegen dem Hitzekoller Der wäre sehr effektiv gewesen Aber dann habe ich gemerkt Oh, Moment Es regelt ja noch Da rauszugehen wäre doch nicht so eine gute Idee Und deshalb sehen wir jetzt wieder die schöne Animation von Nebelwald Meine Güte, das Blue Bella hält was aus Ach, die Stachelspor Muss das jetzt sein, Blue Bella? So, jetzt machen wir 2 Feuerodems Sonnentag Ich hoffe jetzt nur, das kann keine Synthese Weil sonst sind wir problematisch Haben wir ein Grün So, der nächste Feuerodem sollte reichen Nein, es kann keine Synthese So, ein Zauberblatt Ja, das macht gar nichts Weil Trunks ist wieder vierfach resisted Mach mal ein Zauberblatt Ich glaube sie nicht Ja, habe ich gerade so Pech Oder ist es einfach Immer so Dreimal hintereinander Die Paralyse zu bekommen Ist Nicht normal Dass man einmal die Paralyse zu bekommen Ist ein Viertel Viermal hintereinander Du willst mich ja voll verarschen Ja gut, ja gut Mach das nur Viermal hintereinander Wäre ein Viertel hoch vier Das heißt die Chance pro Versuch Also Wäre eins zu sechzehn Das ist wenig Es kommt durch Tatsächlich Sehr schön Michaela ist besiegt Weiter geht's nach rechts Ein Häuschen Mit zwei Angeln Mehr Angeln Und die Großlinse Häuschen, Häuschen Was ist da drin los? Angelteich 123 Tritt Häuschen Zumass Schörtchen Hey Ich habe hier Angeln bekommen Ich mag Kabalolib Ich habe Ich dachte echt Dass Der Ebolitz Meine Güte Meine Güte Meine Güte Meine Güte Der Ebolitz Macht Pokémon Die sich noch Entwickeln Zu einem Monster Echt Und den werde ich Nämlich auch Kratos geben Jetzt kommt Nichts mehr An Kratos Verteidigung Vorbei Klar Was Das hat Den Garadus Nieten Ausgespuckt Ja danke Ach ja stimmt Ich habe Ihn auch gesehen Und da wurde Gesagt Ja Auf diese Route Sei der Garadus Nieten Ich bin hingegangen Und dann konnte Ich noch nicht Auf diese Route Danke So Garadus Kommt den Garadus Nieten Und kannst auch Erstmals Diese beiden Diesen Trainer Fertig machen Und wir sehen Das erste Mal Das mächtige Mega Garadus Im Kampf Gegen einen Golki Blink Bra Der Bisser setzt Step und macht guten Schaden. Versuch du es nur mit deiner Überbrückung. Mega-Garados ist mächtiger als jede Überbrückung. Ähm, was redest du denn da? Versuch es nur mit der Kaskade. Mega-Garados ist zu mächtig, um sich davon beeindrucken zu lassen. Ja, das klingt gut. Das sag ich jetzt einfach. Geht einfach davon aus, ich habe das gesagt. Sehr gut. Angle ist ein Duell zwischen Mensch und Pokémon. Es ist nicht nur einfach ein Hobby und ein Sport. Ich habe wahrscheinlich alle ein Pokémon. Ich sehe es schon kommen. Ein Welsa. Hallo Welsa. Das finde ich eigentlich auch ein cooles Pokémon. Wenn man es spielt, dann kann man es defensiv spielen oder aber man kann es als Drachentanz spielen. Ja, das Teil erlernt Drachentanz. Hat mich auch überrascht, als ich es gesehen habe, dass es Drachentanz erlernt. Das macht guten Schaden. Nachtschweif im Regen vor deinem Mega-Garados. Ja, da hatte ich auch Angst. Ich werfe die Angeln schon aus. Daran denke ich. Was? Dann denke ich nur über Pokémon-Kämpfe nach. Aber du könntest sie einfach, statt über sie nachzudenken, sie austragen. Wäre das keine Möglichkeit. Mit einem Kributak. Und ich habe wieder Angst vor der Anpassung. Ich weiß es einfach nicht. Wieder die Scheren macht, die wirkt. Mega-Antwicklung und Fuchtlo. Das sollte dann dem echt gut auf die Kappe hauen. Der Fuchtlo. Im nächsten Part bekommt ihr dann wieder ein neues Team mitgebt, weil wir haben ja diese Route abgeschlossen. Bats. Sie killt fast. Sternstau. Ja klar. Kann man ja mal machen. Speziell offensives Kributak. Da lacht jeder darüber. Fast wie ein speziell offensives Mega-Beebor. Hat übrigens eine Base-Stats von 15. Basis-Attacke. Ein Basis-Spezialangriff. Das Teil tötet gar nichts. Mit speziellen Attacken. Ja, ich habe die Neutral-Tort. Ich weiß, es ist ja eine tolle. So. Jetzt seht ihr mal den Evoliten in Aktion. Ja, und die Zurück-Schreit-Chance von Eis-Zahn seht ihr auch? Es kann die Drachen gut noch. Ja, danke. Das macht weniger als erwartet. Na gut, das sollte jetzt nichts machen. Ja, das trifft zwar. Aber so. Hm? Hast du mich getroffen? Echt jetzt? Du hast mich getroffen? Mal schauen, ob der Patronenlieb auf dieser Range schon ausreicht. Schlag und Gardos ist... Ja, Gardos ist weg. Sehr gut. Der Tapio hat ihn wieder besiegt. Angel ist in Philosophie. Sehr gut. Weiter geht's. Oh, schon das Ende von der Hut der 123. Also los. Was mache ich denn? Hallo, Pellipo. Ja, ja. Der Patron wirkt. Sehr wichtig. Eher nicht. Wir haben leider keinen Top-Schutz mehr. Deshalb müssen wir uns hier durch... Wie komme ich da durch? Ich will nicht nachher mal kämpfen. Oh. Okay, es riefen da einfach niemand an. Ist auch schön. Und das was ist, Keyflow? Möchtest du Surfer einsetzen? Klar. Los geht's. Ich muss echt sagen, die haben das... ...genervt, wie viele Pokémon einem im hohen... ...im hohen Wasser... Ja, genau. Im Wasser angriffen. Gefällt mir, weil... Ich ehrlich gesagt fand, dass man immer zu viele Pokémon hatte, die einem da im Wasser angriffen haben. Man war die ganze Zeit auf der Flucht vor diesen blöden Pokémon. So, den Fahrrad dreckt hinab. Aufziehen, euer Ufen. Ah, danke. Der zählt einem die Zeit. Das ist ja toll. Danke sehr. Und der hat uns sogar noch gelobt. Unser Technik sei beinerkenswert. Wieder zu... ...dass sie Schiffs werft. Oh. Seht ihr das? Die beiden Personen? Die werden wahrscheinlich das nächste... ...Ereignis einleiten. Wir sind endlich in Grafitport City. Und das... ...was sich als nächstes abspielt, seht ihr in der nächsten Folge. Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal.